Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, da steht ein Zug. Warum steht dieser hier? Ganz einfach. Richtig, das ist unsere Universallinie. Wir sind stehen geblieben in Medan und wir steigen gleich wieder ein und deswegen lassen wir den Zug dann gleich mal fahren. Es stand auch in den Kommentaren, das ist exakt der gleiche Zug in der letzten Staffel, den ich genommen habe für die Universallinie. Ja, das ist halt, wenn mir halt ein Zug gefällt und ich habe gesagt, ich möchte halt, dass das ein spezieller Zug ist, dass der schnell zu erkennen ist. Was ihr auch noch geschrieben habt, ist, dass 5 Züge viel zu wenig sind. Ja, jetzt ist halt die Frage, wollen wir jetzt hier die Gleise füllen mit Universalzügen? Ihr dürft nicht vergessen, das ist zum Großteil Gleis, was wir tatsächlich schon nutzen. Wenn wir da irgendwie jetzt 20 solche Züge rauf machen, rate mal was passiert, richtig, dann fährt auf dieser Anlage wahrscheinlich gar kein Zug mehr. Also das kann es ja auch nicht sein. Ich stehe mal ein, wir steigen mal ein, zack, diesen, ach der grüne, okay, mitten auf der Brücke. Oh, nicht schlecht. Wir könnten eigentlich aufs Dach rauf, dann haben wir eine bessere Sicht. So, einmal den hier, einmal runter. Und jetzt würde ich mal sagen, wir werden mehr oder weniger die ganze Folge über wahrscheinlich fahren. Wir fahren nach Niedwerter Central Station. Das ist schon mal ein gewisses Stück und danach geht es rauf nach, ne, dann geht es ja mal nach Eisenberg City, dann geht es nach Leipzig, dann geht es rüber. Ja, also wir werden ein paar Meter hinter uns bringen. Ich glaube nicht mal, dass wir fertig werden mit Fahren jetzt in dieser Folge. Das ist natürlich dahingehend schön, das heisst, wir fahren jetzt einfach die ganze Zeit und geniessen unsere Anlage. Ich staune irgendwie gerade, wie viele Frames wir hier haben, aber wenn man hier guckt, ja, ich meine, hier ist nichts, hier ist Wald, hier ist Brücke, hier ist sonst eigentlich gar nichts. Dann kann man auch mal Frames haben. Das ist ja eher dann ein Problem, wenn eben tatsächlich viel gerechnet werden muss. Tag, Kollege. Aber irgendwie ist es schon besonders flüssiger. Sag mal, habe ich jetzt irgendwie ein Floh im Hirn? Gibt es auch nicht. Also irgendwie ist das viel flüssiger, als ich es in Erinnerung habe. Haben die nochmal ein Update nachgeschoben und ich merke das nicht, das kann ja eigentlich nicht sein. Weil das Einlesen, das musste ich tatsächlich wieder, also das geht einfach nicht ohne Einlesen. Und jetzt, wo geht es hier lang? Keine Ahnung. Einmal unter der Brücke durch. Da müsste hinten dann eigentlich bereits Niedwerder langsam kommen, oder nicht? Ne, das ist, ne, da kommt kein Niedwerder. Das dauert noch ein Momentchen. Das könnte sogar die Autobahn sein hier. Guck mal, wie breit die Strasse ist. Also von daher, da oben sind auch LKWs unterwegs. Ach genau, wir gehen doch hier an die Autobahn ran. Ja, schau mal einer an. Oh, sehr cool. Hier mit dem Damm. Auch wenn ihr immer wieder schreibt, lasst mal die Dämme in Ruhe. Ich finde es halt cool, wenn wir Dämme haben. Guck mal, das sieht doch cool aus. Hier mit unserem schönen Toblerone-Zug. Der Daniel hat auch noch geschrieben. Wunderbar, genau den richtigen Zug erwischt. Kein Wunder, er mag irgendwie diese, ja, diese Toblerone und Coca-Cola-Züge, findet der halt sehr schön. Finde ich jetzt extrem cool, hier der Autobahn zu folgen, tatsächlich. Also das war schon mal eine gute Idee. Ich bin gespannt, was wir sonst noch alles sehen. Wo ich dann denke, das war eigentlich eine coole Idee. Okay, da hinten sehen wir jetzt Niedwerder. Das Städtchen, ja, wo halt der Hybrid durchfährt. Und wo wir tatsächlich auch, ja, die Autobahn mittendurch haben. Genau hier mit diesem Viergleisigen. Das ist aber noch viel zu wenig genutzt. Das ist tatsächlich so. Hier müssen wir irgendwie mal noch ein paar Züge dazu nehmen. Das müsste ich mir eigentlich auch merken. Ich habe doch gestern gesagt, schreibt euch auf, was euch auffällt. Das eine war dort beim Beach-Ressort. Dass wir dort gucken, da stehen Züge. Das ist natürlich Käse. Dass wir das vielleicht ein bisschen mehr gleisiger machen dort. Und das andere wäre dann hier. Hier brauchen wir mehr Verkehr. Also Niedwerder ist tatsächlich ein Städtchen, wo wir auch nochmal ordentlich Regios und I-Airs machen können. Das müssen wir uns einfach entsprechend merken. Jetzt sitzen wir wieder mit dem Steuerwagen drin. Das heisst nichts anderes wie, ja, was heisst das denn? Dass wir den Stromabnehmer nicht vorm Gesicht haben. Und was ich eigentlich sagen wollte, dass halt die Hupe nicht funktioniert, komischerweise. Aber guck mal, was hier an Leuten steht. Wow. Wie viele haben wir jetzt? 28, ich denke mal. Ja, das wird voll. Tatsächlich, guck mal. Voller Zug, 231 Passagiere. Das war eben auch noch ein Argument von euch. Dass diese Linie sowieso so brummt, dass da im Prinzip 5 Züge zu wenig sind. Ach, Sonnenblumen. Aber hier Sonnenblumen gepflanzt? Ja, sieht ganz so aus. Ah, schön. Zug, Schiene, Sonnenblumen. Ich bin zufrieden. So, wir verlassen Niedwerder und düsen nach Rom. Das heisst, wir werden dann gleich mal eine Kurve machen. Ei, jetzt ist es wieder nicht mehr so performant. So, einmal hier unter der Brücke durch. Da sehen wir, glaube ich, Rom schon da hinten. Das ist, glaube ich, keine ewig lange Strecke. Wenn ich mich nicht täusche. Hier sind sogar Gleise noch nicht fertig gebaut. Ach doch, das geht hier weg links. Das sah gerade ein bisschen so aus, als wäre hier tatsächlich irgendwie die Strecke fertig. Nee, nee, die ist da. Das müsste schon Rom sein, da hinten. Ja, die Richtung stimmt ja auch. Kommt hier gerade einer? Nee, guck mal, wie frei wir tatsächlich wieder fahren können. Nee, wir haben rot. So viel zum Thema, frei fahren. Das hat nicht ganz geklappt. Ja, dann können wir auch den Zug nochmal betrachten. Sehr schön. Aber warum halten wir denn jetzt hier? Hat der da hinten kein Signal? Lass mich mal ganz... Oh, wir haben sogar eine Fehlermeldung. Hier ist doch ein Signal. Hier ist auch eins. Ach, jetzt fahren wir wieder. Moment, ich muss mal schnell gucken. Warum haben wir eine Fehlermeldung? Das ist auch die Universallinie, aber woanders. Jetzt müsste ich mal den schnell haben. Dann machen wir den hier rüber. Ich möchte jetzt eigentlich nicht Züge entvieren, aber wenn wir hier natürlich ein Problem haben, gehen wir schnell gucken. Da ist wahrscheinlich der Zug zu lang. Ja, der steht auf der Weiche drauf. Da ist das Signalkäse. Aus dem Bahnhof raus. Ist das Weisswasser? Jawohl, das ist Weisswasser. Gut, also ganz einfach. Signal kappen. Aber nur das Signal. Jimmy möchte die Weiche auch gleich weg machen. Mach mal nur das Signal. Ja, das hat schon mal geklappt. Jetzt müssten wir... Bei Jimmy ist eigentlich das gleiche Problem. Das Signal ist auch zu nah. Der blockiert natürlich hier wieder die Weiche. Da müsste das Signal dort sein. Okay, dann kommt das auch weg. Auch nur das Signal. Jetzt auf Playdrück ist ein bisschen blöd. Dann fährt uns der Zug hier davon. Ja, man sieht... Ne, man sieht, das funktioniert noch nicht. Da müssen wir noch eine andere Lösung haben. Die einfachste wäre natürlich... Ja, machen wir jetzt auch so. Weil ich möchte dort mitfahren. Fahrzeug verwalten. Den Kollegen schmeissen wir raus. Und dann machen wir hier... Wisst ihr was? Wir machen nochmal zwei, drei dazu. So. Ich möchte jetzt nicht 20 haben, so wie ihr das vorgeschlagen habt. Oder pro Haltestelle ein Zug habt ihr geschrieben. Das wären dann ja schon 20, 22, so um den Dreh rum. Und wir machen das so mal mit diesen 6, 7, die wir haben. Ich mache noch ein, weil ihr es seid. So, aber wie gesagt... Das ist nicht Gleis, was wir nur für diesen Zug gebaut haben. Das heisst, wir werden hier Probleme haben mit Sicherheit auf den Schienen. Und zwar nicht nur mit der Universallinie logischerweise. Sondern halt mit den ganzen anderen Zügen, die hier auch noch lang fahren. Wenn wir hier 20 Züge raufsetzen. Deswegen bin ich da tatsächlich der Meinung... Ne. Das lassen wir. Also, wieder einsteigen. Wo geht es hin? Nach Rom. Jawohl. So. Zum Glück habe ich schnell geguckt, wegen der Fehlermeldung. Weil das hat uns ja tatsächlich betroffen. In Weisswasser waren wir aber schon. Ja gut, dann hätten wir es nicht gemerkt. Aber schön hier. Oh, Rom ist natürlich schon auch cool. Hier mit dem Lütticher Bahnhof. Auch wenn wir jetzt hier tatsächlich wieder rot haben. Ich weiss aber nicht, warum wir vorher rot hatten. Da waren doch Signale. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wie sieht es hier aus? Da müsste das Kolosseum noch zu sehen sein, rechts. So, machen wir. Fahr mal durch. Ah, jetzt. Okay. Man sieht es. Einmal schimpfen mit dem Zug, dann geht das. Dann fahren wir hier auch fröhlich einmal durch. Wir düsen, glaube ich, ins dritte Gleis rein. Also jetzt nochmal einmal rüber. Ah, schön. Da schlängelt er. Das schauen wir uns gerne nochmal so an. Wunderbar. Schlängel dich mal nach Rom rein. Die Höhe. Und wieder drehen. Da kommt die BR 103 noch. Und auch hier stehen viele Leute. Das heisst nichts anderes, wie das wahrscheinlich... Ja, ja doch. Der Zug, der bleibt voll. Da steigen ein paar wenige aus. Und dann steigen wahrscheinlich wieder sehr viele ein. Das ist ja hier. Wobei, das Gleis nutzen wir auch nicht alleine. Also das kann gut sein, dass das doch Leute sind, die auch irgendwie eine andere Linie haben wollen. Werden wir gleich sehen. Da steigen sie aus. Also unten links sieht man es. Jede Menge steigt da aus. Und dann steigen wieder die Massen ein. Ja, das ist wieder voll, das Ding. Okay, ganz klar. Wisst ihr was? Wir gehen mal ganz kurz raus. Moment, jetzt fahren wir wieder mit der Lok mit. Wollen wir drehen? Wie sieht das denn hier aus? Wenn wir uns das mal ansehen. Universallinie. 66 Leute warten hier. Ja gut, der nächste Zug kommt relativ schnell. Ich würde da im Moment noch nichts machen. Was solltet ihr da noch weitere Züge raufsetzen? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Okay, nochmal drehen das Ganze. Die Ausfahrt hier aus Rom. Die haben wir ja neu gemacht, damit wir eben dieses Gleis nutzen können. Das war übrigens eine sehr gute Idee von euch. Weil das andere Gleis wäre tatsächlich nicht so ideal gewesen. Auch jetzt haben wir hier natürlich wieder den Stromabnehmer. Ja, aber so geht es dann. So. Früher haben wir hier die Brücke befahren. Das war der erste Versuch sozusagen. Dann haben wir gemerkt, und ihr habt gemerkt, das ist nicht ideal. Und deswegen haben wir das nochmal geändert. Jetzt fahren wir hier lang und düsen von hier aus Richtung Heisenberg City. Da oben noch ein Hubschrauber. Genau. Aber schon schön, die Performance. Also das freut mich tatsächlich sehr. Das kann sein, weil wir gestern im Beach-Ressort unterwegs waren. Dass ich da ein bisschen im Kopf noch das Geruckel habe, was wir dort hatten. Was wir hier halt nicht haben, weil hier nichts ist. Hier muss nichts berechnet werden. Also ein bisschen was. Man sitzt da hinten, ist noch ein Güterzug. Aber das ist ja kein grosses Gerechnen. Also von daher. Der Bahnübergang und der Metronom da hinten. Der fährt auch gerade nach Heisenberg City rein. Kommen hier vielleicht sogar die Gleise zusammen? Oder wie sieht das aus? Mal gucken. Oh, schönes Bild. Güterzug entgegenkommend. Metronom parallel fahrend. Da hinten sehen wir das Städtchen. Das ist ja relativ gross mit dem Fussballstadion. Oh, guck mal schön im Einklang. Das ist praktisch gleich schnell. Sehr cool. Der IC fährt hier noch lang. Setzt sich in Gang. Ja, das ist tatsächlich gerade ein sehr schönes Bild hier. Diese Einfahrt in den heisenbergischen Bahnhof mit dem Metronom zusammen. Jetzt sind wir aber doch bedeutend schneller. Wir können hier nochmal drehen. Ja, da sehen wir natürlich vom Metronom nicht mehr viel. Da hinten ist er. Schönes Bild. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach einem Thumbnail logischerweise. Das wäre zum Beispiel eins gewesen. Muss ich dann nachher gucken, ob das funktioniert. So, Ankunft in Heisenberg City. Mit Autosave. Zum Glück. Weil wenn jetzt irgendwas abkachelt, logischerweise, dann haben wir dahingehende Ruhe, dass wir eben Kollege Autosave noch am Start haben. Und auch da, ich sehe es jetzt schon. Guck mal, wie viele Leute da stehen. Der Zug ist voll. Ich weiss nicht, wie viele Leute aussteigen. Das sehen wir gleich. Oder täuscht das? Ne, ne, das sieht... Oh, doch. Doch, doch. Hier steht der eine oder andere. Relativ viele sogar, wie man sieht. Kommt, da gehen wir nochmal raus. Machen wir nochmal die Kamera. Finde ich eigentlich schöner. Ja, da kriegen wir die Zug nochmal voll. Das ist ganz klar. Das wird jetzt relativ easy funktionieren. Schauen wir mal. Ich schätze mal, 100 steigen ungefähr aus. Ja, plus minus. Dann steigen wieder 100 ein. Das passt hervorragend. So, weiter geht's nach Leipzig. Einmal drehen. Ich würde sagen, bis jetzt komplett freie Fahrt. Mit ganz kurz mal warten. Oh, hier kommen noch andere Züge entgegen. Sehr gut. Lass uns nochmal kurz rausgehen hier. Wenn hier so viele Züge unterwegs sind. Ja, das sieht doch nett aus. Das gefällt mir. Ach, der Metronom, der fährt auch nach Leipzig rein. Okay. Hier wieder ordentlich mit Dämmen. Aber ich bin halt tatsächlich ein Fan von Dämmen. Vor allem, wenn sie halt von Brücken unterbrochen werden, die dann über die Gleise führen. Finde ich eigentlich schon sehr schön. Da hinten nochmal einer rein. Also Heisenberg City. Ja. Ich würde mal sagen, das läuft mit den Zügen. So, Kollege Toblerone. Wieder hier aufs Dach. Einmal nach vorne. Ja. Nochmal runter. Ja, das war zu viel. Tag, Kollege. Mit dem SBB-Einheitswagen. Sehr schöner Zug, wie ich finde. Und hier unten haben wir LKW-Verkehr. Wo wollen die denn hin? Das kann sogar sein, dass die irgendwie auf die Autobahn düsen. Ja. Möck, möck. Ich grüsse mal. Macht man so unter Zugdingern. Machst du ja mit dem Motorrad auch. Also nicht mit dem Roller, aber mit dem Motorrad. So, Leipzig. Guten Tag. Ach, wie kommen wir hier in den Bahnhof rein? Keine Ahnung. Irgendwie haben wir das gelöst. Aha, mal geradeaus. Okay. Ja, einmal rüber. Und dann hier lang. Ist eigentlich die falsche Seite, wenn man es genau nimmt. Also hier müssen wir eigentlich rechts fahren, wenn es nach mir geht. Da haben wir noch ein weiteres Gleis, das noch nicht angeschlossen ist. Oh, hier haben wir noch ein paar Gleise, die nicht angeschlossen sind. Das heisst, Leipzig werden wir uns dann natürlich auch nochmal ansehen. Auch ganz klar. Aber sonst relativ schön finde ich die Zufahrt hier. Guck mal, auch hier. Ja, ich glaube, wir werden den Zug nicht mehr, wie soll ich sagen, leer kriegen. Bis wir dann wieder in Schahntu unten sind. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Da ist der Hybrid noch unterwegs. So, wir drehen uns nochmal. Und schauen uns das hier nochmal so an. Die Einfahrt in den Bahnhof. Da auch ein Doppelstock da hinten. Das wird ein IR sein, nehme ich an. Und wir halten mal an. Schmeissen raus, wer hier raus will in Leipzig. Und dann sollen die anderen wieder einsteigen. Wir werden wieder 231 Leute haben. Alles andere würde mich wundern. Oh, hier gehen aber schon viele raus. Guck mal. Ei, ei, ei. Der Zug hat sich fast geleert. Und jetzt fühlt sich... Oh, nee, der fühlt sich nicht mehr. Okay. 128 Leute haben wir. Und jetzt haben wir wieder den Steuerwagen. Das ist natürlich, wenn man nicht hinten rausfahren kann, was man halt bei Kopfbahnhöfen nicht kann, hat man natürlich den Effekt, dass der Zug sich wieder dreht. Wenn man den Steuerwagen dran hat. So, wieder einmal runter. Ein bisschen nach vorn. Ja, so ist es doch wieder okay. Es geht nach Singapur. Okay, das hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Aber okay. Und hier die ganze Industrie von Leipzig. Man sieht es dann doch relativ viel. Finde ich aber sehr cool. Hier mit dem Depot noch. Einmal an dem Tal vorbei. Und fröhlich Richtung Singapur. Wenn das in der Realität auch ginge. Tag, Kollege. Von Leipzig nach Singapur in 10 Minuten. Ja, da müsste man bald beamen. Das wäre eh eine gute Idee, wenn man das könnte. Denken wir immer wieder. Mach mal Star Trek. Mach mal hin. Aber eben das war ja auch irgendwie... Ist nicht sogar beamen das Einzige, was man mal gesagt hat, was Star Trek sozusagen erfunden hat. Was nicht geht. Ich glaube schon. Der Rest würde eigentlich gehen. Warpantrieb geht in der Theorie. In der Praxis nicht. Da brauchst du mehr Energie, als die ganze Welt im Moment zur Verfügung hat. Aber das beamen geht halt nicht. Du kannst nicht Leute tatsächlich irgendwie ihre Einzelteile zerlegen. Und dann an einer anderen Stelle wieder irgendwie zusammensetzen. Sie haben es glaube ich mal mit einem Teilchen versucht. Und das hat sogar geklappt. Also ein kleines... Ich weiss ja gar nicht was. Aber ein Mensch ist natürlich dann doch etwas komplexer. Den wieder zusammensetzen könnte schwierig werden. Ist das da vorne Singapur? Müsste. Dann werden wir jetzt noch zu einer kurzen Kurve ansetzen. Da oben sehen wir wieder den Frachthubschrauber. Der hier unterwegs ist. Und ich muss nochmal sagen. Ich staune über die Performance. Fällt euch das nicht auch auf? Ich weiss nicht ob ihr das im Video überhaupt merkt. Irgendwie gab es vielleicht doch nochmal ein Performance Update. Ohne dass ich das gemerkt habe. Das ist doch die bessere Performance als gestern noch. Jetzt waren wir immerhin in Leipzig. Leipzig ist eine grosse Stadt. Mit einem grossen Bahnhof. Selbst dort hätte ich jetzt nicht irgendwie den Eindruck gehabt. dass die Performance runter geht. Also gar nicht. Aber vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Kannst du ja auch sagen. So einmal in die Gleise rein. Dann geht sogar noch ein bisschen durch die Stadt durch glaube ich. Bevor wir dann irgendwie hinten in den Bahnhof reindüsen. Da sehen wir Singapur. Schon auch interessant. Singapur habe ich hier mit dem Kopf als eine grosse Stadt. Ist es ja auch. Sieht man ja. Aber Medan zum Beispiel ist bei mir im Kopf ein kleines Städtchen. Oh ja. Sehr schön. Hier hat auch die Industrie durch. Medan ist ein kleines Städtchen. Da waren wir gerade. Und haben gesehen. Das ist alles andere wie ein kleines Städtchen. Das ist tatsächlich relativ gross. Ah cool. Wie geht das jetzt hier weiter. Ja das müsste irgendwo da vorne in den Bahnhof reingehen. Oder ist das gar nicht Singapur doch. Doch müsste. Wir haben ja keine Stadt ausgelassen. Wir haben ja Incheon jetzt noch neu reingenommen gestern. Weil das tatsächlich vergessen ging. Die haben doch gesagt. Irgendwas habe ich doch mit Sicherheit vergessen. Und der war dann relativ schnell dabei. Und hat geschrieben. Ja Incheon fehlt. Haben wir ja dafür dann reingemacht. So. Das passiert halt mal. Dass man mal irgendwas vergisst. Bei 20 Städten ist das halt durchaus möglich. Da oben wieder ein Güterzug. Keine Ahnung was der macht. Er macht irgendwas. Der fährt Güter rum. Wahrscheinlich Lebensmittel nehme ich an. Warum hupen wir nicht? Ach wir sind in einem Steuerwagen drin. Warum das nicht hupt. Wenn man in einem Steuerwagen drin sitzt. Weiß ich auch nicht. Gibt es doch nicht. Dass der nur eine Hupe vorne in der Loch drin hat. Was ist das denn doofes? Man hat da irgendwie in beide Richtungen irgendwie. Eine Hupe eigentlich. So wir schlängeln wieder. Heisst für mich. Da gehe ich gerne nochmal in die andere Position. Schöner Zug soweit. Es ist halt schade. Dass es nicht eine Toblerone Lokomotive gibt. Aber die gelbe hier. Die passt natürlich trotzdem halt. So nochmal. Ein Zug. Sehr schön. Ich hätte fast gedacht. Wir sehen ein bisschen mehr Züge. Aber jetzt in gewissen Städten war es schon nicht schlecht. Ei. Guck mal hier. Okay. Wir werden wieder einen vollen Zug haben. 100%ig. Hier stehen sich die Leute die Füße platt. Also die 128. Ein Teil wird raus gehen. Gleich mal gucken. Jawohl. Ja. Ja. Der Grossteil sogar. Und jetzt wird sich das Ganze aber wieder entsprechend füllen. Ja. 231. Sehr gut. Das kann schon sein, dass wir hier irgendwann sehen. Ja. Jetzt ist wieder die Lok vorn. Da kann ich jetzt wieder hupen. Jawohl. Ähm. Es wird schon so sein, dass wir wahrscheinlich hier die Züge nochmal verstärken müssen. Wenn wir sehen, dass hier tatsächlich die ganzen Bahnhöfe überfüllt sind. Aber eben. Ich gebe gerne nochmal zu bedenken. Wir nutzen Gleis. Was wir sonst auch nutzen mit diesen Universalzügen. Wenn wir jetzt hier 20 neue raufsetzen. Ich glaube nicht, dass die Anlage das verkraftet. Wir werden sehen, was wir tun müssen. Es geht nach Krasno. Okay. Komplett die Orientierung verloren. Aber in Ordnung. Aha. Jetzt fahren wir hier lang. Das ist eigentlich im Gegenverkehr drin. Aber kontrolliert haben wir das Ganze. Oder gibt es hier nochmal eine Weiche? Äh. Aha. Wir fahren dann hier rum. Okay. Während hier der rote Pfeil noch daherkommt. Ach. Und dann hier glaube ich sogar geradeaus. Kann das sein? Ja. Das sieht aus, als hätten wir es neu gebaut. Hier ist die Brücke ein bisschen tief. Sagen wir mal so. Oder der Zug irgendwie zu hoch. Ja. Könnt ihr uns nochmal ansehen. Das ist aber auch ein Gleis halt. Das ist natürlich blöd. Wenn wir das jetzt korrigieren müssen. Aber sieht doch nett aus hier mit den Brücken. Ja. Ich würde sagen, das lassen wir dort hinten. Dort jetzt nochmal irgendwie die ganzen Gleise neu bauen. Ne. Für das, dass hier ein Universalzug durchfährt. Und wir das wahrscheinlich hier nie mehr sehen. Da würde ich jetzt das Mönö verlassen. Tatsächlich. So. Sind wir schon im Bahnhof drin? Nein. Oh. Da kommt nochmal ein ganz spezieller Zug hier. Mit dem Fasswagen. Sehr schön. Haben wir den auch nochmal gesehen. Ach. Hier fahren wir einfach vorbei. Gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern daran, dass wir das gebaut haben. Aber das sind ja auch drei Gleise. Das haben wir nicht gebaut. Das gab es schon. Hier nutzen wir wieder mit. So wie es aussieht. Nochmal hupen fröhlich. Wo ist denn hier? Krass noch. Ich habe dermaßen keinen Plan. Zum Glück bin ich ein Schlockführer geworden. Aber eben. In der Regel ist es den Gleisen folgen. Das hätte ich vielleicht auch noch hingekriegt. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Da hinten sehen wir einen Turm. Da hinten müsste eigentlich Yokohama sein. Das müsste der Yokohama Turm sein. Den sieht man ja wirklich von der ganzen Map aus eigentlich. Wo liegt denn krass noch gleich nochmal? Keine Ahnung. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, was das für ein Bahnhof ist tatsächlich. Habt ihr das auch gerade gesehen? Ja. Wir steigen ganz kurz aus. Weil da haben wir ein Signal auf dem Gleis. Das möchte ich dann so doch nicht haben. Ganz kurz Pause. Sorry. Das war ein Zwergi hier. Wo ist er denn? Kollege Zwergi. Den haben wir hier vorne. Moment. Wir lassen mal nochmal kurz laufen, dass der wegkommt. Wo war denn das jetzt? Sag mal. Hier. Nur hier lang düsen. Da. Da habe ich den Kollegen. Einmal Bagger. Nur das Signal. Einmal weg. Da machen wir das Signal. Das Signal ein bisschen weiter hinten würde ich vorschlagen. So. Einmal den. Weil wir können es weiter vorne machen. Einfach nicht ins Gleis rein. Ja. Jetzt ist doch in Ordnung. Gut. Also wieder Play. Hier wieder einsteigen. Zack. Und hier wieder aufs Dach rauf. Und ab nach Krasno rein. Ich gucke mal auf die Uhr. 27 Minuten. Ja. So 5 Minuten haben wir noch. Da kommen wir schon nochmal irgendwie 1-2 Meter weit. Aber die Strecke fertig kriegen wir nicht. Aber das ist ja auch schön. Weil dann haben wir natürlich in der Folge von morgen den Effekt, dass wir gleich wieder einsteigen und die Reststrecke machen. Dann haben wir das. Und das machen wir danach. Ja. Das gucken wir dann. Jetzt machen wir erstmal diese Strecke fertig. Genießen die Fahrt nach Krasno. Wir können ja ein Spiel machen. Was kommt denn nach Krasno? Weiss das jemand? Wahrscheinlich. Hefei. Kann das sein? Ich wüsste es nicht mehr. Wir sehen es. Also ich würde schon wieder verlieren bei dem Spiel. Kein Plan. Ist das da hinten? Das ist doch Yokohama da hinten. Oder hat Krasno auch solche Türme? Sag mal. Na mal gucken. Freie Fahrt. Ich staune tatsächlich. Klar. Da kann man jetzt sagen. Ja siehst du. Du hast ja freie Fahrt. Dann mach doch weitere Züge drauf. Ja. Dann haben wir einfach den Effekt. Dann haben wir eben keine freie Fahrt mehr. Jetzt war es hier eh gerade rot. Jetzt hat es umgeschaltet auf grün. Das heisst das war jetzt eher Dusel. Dass wir hier langfahren können. Ohne dass wir anhalten müssen. Und da kommt wieder ein Güterzug. Ja. So ab und dann kommt jetzt schon mal einer entgegen. Sehr schön. Ja. Ein Güterzug vor allem. Nein. Das ist ein Regie oder ein IR gewesen. Sah ein bisschen aus wie ein Güterzug tatsächlich. Sag mal. Aber zur Performance. Ich muss trotzdem nochmal sagen. Also ich finde die ist irgendwie viel besser als gestern. Oder liegt das aber am Rechner? Haben wir hier irgendwie eine Tagesform? Ui. Was wir hier haben sind wieder 10.000 Leute. Hei. Guck mal. Der Bahnhof ist eigentlich leer. Aber auf unserem Gleis hier bei der Unilinie. Da stehen tatsächlich wieder 200-300 Leute. Ach. Und genau das ist mit dem Tunnel hier. Ja. Jetzt weiss ich wieder wo Gras noch ist. Und wie das aussieht. Da geht es nachher glaube ich tatsächlich nach Hefei rein. So. Wie sieht es hier aus? Okay. Die Unilinie brummt. Ja. Da ist klar. Da ist der Zug wieder voll. Und guck mal. Da stehen immer noch x Leute. Aber eben hinter uns müssen ja jetzt noch 5, 6, wenn nicht sogar 7 weitere Züge kommen von der Linie. Dann müssen wir die Leute auch wegbringen. Und sonst müssen wir halt echt noch mal schauen. Aha. Wir stehen. Warum stehen wir? Ist da ein Tunnel. Ein gerades Gleis. Da verstehe ich jetzt nicht warum wir stehen. Ich gehe mal gucken. Dachte gerade vielleicht eine Fehlermeldung. Aber nein. Aber nein. Was machen wir denn? Wir fahren hier lang. Ach da kommt gerade der andere der hier durchfährt. Der hat Vortritt. Die weisse Lady hat Vortritt. Okay. Fährt wahrscheinlich vorne irgendwie in unser Gleis rein. Und deswegen ist das für uns hier im Moment noch gesperrt. Blöd für die 231 Passagiere. Aber die Hupe funktioniert noch. Da bin ich beruhigt. Na war es die weisse Lady? Werden wir gleich sehen. Wenn wir uns in Gang setzen. Dann war es die weisse Lady. Ist natürlich auch wieder der Klassiker. Ich habe gerade noch gesagt. Wir haben praktisch überall freie Fahrt. Dann kommst du nach Krasnow und dann ist es vorbei mit freier Fahrt. Zug. Mach mal. Ne. Das geht nicht. Ach Autoseave. Okay. Wenn wir Autoseave haben. Kann natürlich nicht fahren. Müssen wir kurz Geduld haben. Und wegen. Gott. Wie heißt das Städtchen? Surabaya. Habt ihr auch nochmal geschrieben. Dass wir dort eben nochmal gucken müssten. Ja. Irgendwie schon. Aber es ist halt. Ja. Ihr habt ja gesehen gestern. Es ist halt mühsam da Wegpunkte zu setzen. Wenn die eine Linie praktisch nur aus Wegpunkten besteht. Da hast du keinen Plan wo du den Wegpunkt hinsetzen sollst. Das hat ein Kreuz. So. Jetzt stehen wir aber für meinen Geschmack hier zu lang. Ja. Jetzt fährt er los. Im Ernst jetzt. Jetzt, wo ich ausgestiegen bin. Okay. Da kommt schon wieder eine weisse Lady entgegen. Bleib nicht mit dem Tunnel. Moment. Das machen wir so. Die Position haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist natürlich schon auch cool. Das hat ein bisschen was. Wenn du die Rübe aus dem Fenster hältst. Was man ja nicht machen sollte. Was wir auf der Schulreise. Auf der Schulreise immer gemacht haben. Bis der Lehrer dann geschimpft hat. Weisst du. Das ist gefährlich. Hier mit diesen ganzen Pfosten. Die hier sind. Da musst du nicht unbedingt den Kopf raushalten. Das könnte zu nicht unbedingt direkt lebensverlängernden Massnahmen führen. Und wenn du ein Schulhalter bist. Weisst ist das ja auch nicht. Das gewünschte logischerweise. Aber dann ist das hier Krasner. Okay. Ich dachte der Turm sei tatsächlich Yokohama. Falsch gedacht. Aber Krasner ist ein bisschen ein Kreuz. Man sieht es. Guck mal. Schon wieder stehen wir. Es geht nach Hefei rein. Ja gut. Das war ein kurzes Stehen. Also das würde ich ignorieren. Da sind das ja kein Menschen. Wenn du hier mal ein Momentchen stehst. Das ist doch okay. Voll besetzt. Immer noch. Ja gut. Dann würde ich sagen. Wie weit ist es denn noch nach Hefei rein? Weiss ich gerade gar nicht. Schön wieder ein Güterzug. Jetzt ist es wirklich ein Güterzug. Wunderbar. Mit Schranke. Wenn der weg ist. Jawohl. Dann wird es hier wieder grün. Dann können wir ins Gleis rein. Wir gucken mal wo wir hinfahren. Hefei ist das Städtchen mit dem Hochbahnhof. Würde heissen. Sobald wir irgendwie Höhe generieren. Wüssten wir eigentlich ungefähr in der Nähe sein. Wir generieren gerade Höhe. Man sieht es hier. Da geht es dann doch ordentlich runter. Dann geht es auf eine Brücke rauf. Ja da hinten ist es wahrscheinlich Hefei. Das sind dann doch noch ein paar Meter. Aber schön hier. Man sieht richtig schön das Gleis vorfällt. Mit der Strecke die genau. Die an der Stadt vorbeiführt. Noch. Und wir haben es grün. Beziehungsweise gelb. Aber gelb heisst ja nichts anderes. Wie wir das verfahren können. Ha. Hier einmal durch. Einmal rüber. Ja im Prinzip schön. Das ganze Gleis vorfällt. Durchfahren. Hier schön mit Depo. Irgendjemand hat mal noch geschrieben. Wie viele Depos willst du eigentlich noch setzen? Habe ich drunter geschrieben. Solange sie nicht ausgehen. Werden wir weitere setzen. Weil das hat einfach immer auch zusätzlich schöne Gebäude sind. Ist eigentlich relativ klar. Gut. Also ab in den Hochbahnhof rein. Auch ein schönes Bild hier. Mit dem Zug über der Stadt. Ein bisschen Höhe vielleicht noch. Damit wir nochmal ganz kurz Modelleisenbahnfeeling generieren können. Ja. Dann geht das morgen hier weiter. In dem Fall. Liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe euch ein bisschen gefallen hier die Mietfahrt. Morgen gibt es im Prinzip Teil 3 davon. Würde mich freuen. Wenn ihr auch wieder mit dabei werdet. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.